Huch, das geht ja schon los. Mensch, ey, ich hab da noch gar nicht die Augen. Ah, mit Taste gedrückt. Was ist er denn für einer? Tja, okay. Erstmal den Kleinkram. Ach nee, das ist mein Junge? Okay, den anderen Kleinkram. Den da mein ich. Hacke, Peter! Oh, verdammt, was hat er denn gemacht? Darf ich mal ganz kurz? Ich muss den mal gucken. Ja, okay. Nein! Oh, das tut aber böse weh, was die da machen. Okay, der ist auch... So, können wir uns jetzt um den da kümmern? Hast du nicht mal bitte eine Gesundheit für mich? Mir geht's nicht so gut. Da, äh, Moment. Nein, ich will das nehmen. Nein, verdammt. Dann heben. Aha, Lümmel. Okay, jetzt, jetzt haben wir's. Hacke, Peter! Huch, der haut aber nicht schnell zu. Hacke! Aua! Kannst mich mal kreuzweisen? Dickes Ding! Kann ich eigentlich schon? Nein, kann ich noch nicht. So, ich will doch nur meine Superfähigkeiten. Ja! Ja! Pau, pau! Da hast du irgendwie Haselnuss und immer Krippung aufs Gewälk und die Knie vom Familienjuwelen. Und, ja, komm! Ah, war doch ganz einfach. Aha! Und? Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Ach, ich, ich, ich... Sehr gut, sehr gut. Ne, keine Ahnung. Ich lenke ihn, ich lenke ihn. Ja, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, okay. Das war nur sehr unlustig, weil da war ja eigentlich gar keine Ahnung. Ja, ja. Nein! Ich mach das jetzt einfach noch... So, eingefroren. Das war's. Ha! So. Darf ich mal sagen, willkommen zurück zu God of War und dafür, dass ich hier gerade reingehopst bin und das einfach mal so nebenbei gemacht habe. Also, so auf Anhieb war das eigentlich mal ganz cool, oder? So, Symbol aussah, dass ich noch nicht weiß, wie man Zauber aktiviert. Zauber der Stärke und Runenkraft um drei erhöht. Was ist ein... Was ist ein Zauber? Haben wir noch einen, wa? Oder? Frostflamme, legendär. Unmögliches Material, dem der Zorn der Flamme und die Härte des Eises inne wohnt. Mächtiger Kampf erzeugt, damit kann Leviathan-Axt verbessert werden. Okay. Auch das machen wir demnächst. So. Hab ich das cool gemacht, oder hab ich das cool gemacht hier? Ganz kurz mal den dicken Uga geritten. Ich mein, das Reiten kam leider ein bisschen zu spät. Da waren ja schon alle Ads tot. Da musste ich den gar nicht mehr reiten. Was war das? Achso, das war... Da waren wir letztes Mal schon dran. So, darf ich... Ich guck bitte nochmal hier rein, ja? So, irgendwo konnte man Zauber aktivieren. Ich weiß aber nicht wo. Wenn ich das hier aktiviere, da kann ich nur die... Ja. Da kann ich nur die... Items an sich ändern. Das ist der Talisman. So, das ist die Rüstung. Bei den Fähigkeiten vermutlich auch nicht. Wobei ich jetzt gerade wieder eine neue Fähigkeit kaufen kann. Warte mal, ich wollte eigentlich den Jungen noch einen Tick verbessern, ne? Und zwar haben wir ja hier schon was reingegeben. Ähm. Ne, warte mal. Den Jungen wollte ich verbessern. So. Hier hätten wir schon was reingegeben. Äh, Fallschaden und Nahkampfschaden. Was haben wir hier? Ähm. Erhöht die Feuerrate. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Oder? Ich werde mal den Jungen immer weiter nach oben bringen. Mal gucken. Ob das was bringt. So. Aber ich wollte ja eigentlich gucken, wo kommen die Zauber rein? Das hat mir halt noch keiner gesagt. Also bei Karte sicherlich nicht. Bei Ziele sicherlich auch nicht. Bei Ressourcen vielleicht. Sind da die Zauber? Ne, auch nicht, ne? Da sind auch die... Da sind halt auch keine Spezialgegenstände. Da sind halt auch keine Zauber. Ich frage mich, wie die Zauber funktionieren. Da ist auch noch was. Was ist das? Achso, das war hier die... Die Superfähigkeit, die mir, glaube ich, ganz gut... Ganz gut geholfen hat. Hier bei dem großen, dicken. Ähm. Ah. Der Berggrund. Wow. Deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Warum? Verstehe ich nicht. Weil es hier schön aussieht, oder was? Axt, komm mal zu her. So, da hinten geht es weiter. Hier geht es auch weiter. Wo gehen wir denn als erstes hin? Wir sollen da rauf. Also gehen wir erst mal hier runter gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ob Sinri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Er nicht. Wie will er ihnen Gang bringen? Das ist mir egal. Wieso? Wir können ihm doch... Wir können ihm doch helfen. Der wollte irgendwas reparieren. Hier kann man das nicht... Poli klopfen? Nee, kann man nicht. Äh, kann ich mit der Axt irgendwo... irgendwo gegen schmeißen? Nein. Ach so, nee. Das sind nur Kisten hier. Kann er die Axt nochmal... Zack. Aber... Warte mal, da oben irgendwas? Nein, nein. Was ist denn ein Himmelsträger? Das sieht mir aus wie eine Seilbahn. Kann das sein? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Äh, das sieht mir aus wie eine Seilbahn. Und da können wir... Ja, die Wurzeln blockiert das Ding, aber... Keine Ahnung. Okay. Da hopsen wir mal nicht runter. Das lässt mich mit den Zaubern nicht in Ruhe. Also wie wir das upgraden, wissen wir. Das machen wir beim Schmied. Ja, das ist überhaupt kein Ding. Warte mal, was ist das? Nee, unbeschwörbar. Der Junge hat noch keine Hunden. So, das wissen wir alle, wie es geht. Das ist alles, äh, schön und gut. So. Hier haben wir die... Die Rüstung, da haben wir die Waffen. Fähigkeiten. Aber hier ist ja nichts mit Zauber. Wie? Was sind Zauber? Wir wissen es nicht. Wir ignorieren es einfach mal geflüssentlich. Jetzt juckt mir die Nase. Ist das Rauch? Das ist vor allem ein großer Mund, wo Rauch rauskommt. Warum bist du denn nicht müde? Weil ich täglich meinen Spinat esse. Dusselige Frage, das. Was ist das hier? Warte mal, da ist doch eine Kiste, oder? Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit hier an das... Ich will an die Kiste ran. Mutter, naja, was hier denn? Lassen sich nicht abbrennen oder abhacken. Okay. Das war endlich mal eine sinnvolle Info. Okay. Ich würde sagen, hier geht's nicht lang. Lassen sich nicht abhacken oder abbrennen. Und wie komme ich dann an diese Kiste ran? Ich meine, dieses Gewächs haben wir vorher auch schon ein paar Mal gesehen. Bleib stehen, Junge. Oh! Was ist das? Stinkerauch. Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Das Wildschwein. Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Naja, eigentlich geht's nur um so einen Haufen Asche. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund. Ja. Dem Schwein. Ich möchte es nochmal betonen. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Super. Der Weg zum Berg. Äh, nochmal. Oh, was haben wir denn da an der EP erhalten? Hoho. Ich glaube, ich muss erstmal aufsteigen. Darf ich mal bitte? Äh. Okay. Ähm. Fähigkeiten. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier? Äh. Da waren ja mal irrsinnige Fähigkeiten gerade dabei. So. Wir haben, ähm, die... Genau. Den Spaltangriff. Das war ein, äh, äh, starker Angriff. Äh. Halte RT gedrückt um ein... Okay. Was haben wir da noch? Äh. Das ist den... Den habe ich ehrlich gesagt noch nicht benutzt. Wobei das sind einfach ganz schnelle, äh, Schläge hintereinander. Äh, leichte. So. Was haben wir dann da noch? Das ist der Fernkampf. Da könnte man ja mal gucken, ob man da vielleicht auch mal... Halten sie Zielen gedrückt um Leviathanax... Okay, dann mache ich einen stärkeren Wurf. Äh, ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ähm. Während das aufleucht nach einem Präzisionswurf. Äh. Das sind alles nicht so Sachen, die ich irgendwie... Brauche ich irgendwie nicht... Anzuvisieren. Oh, warte mal. Das ist... Das... Das sieht interessant aus. Da kann man mehrere mit treffen. Ja, das ist alles schon... Drücken sie Sprinten um einen Sprungangriff. Ne, sowas mag ich nicht. Halten sie Ausweichen nach vorne gedrückt um einen schnellen... Ne, sowas kann ich mir alles nicht merken. Ähm. Was haben wir denn noch? Das Schild... Schildkampf. Block zu durchbrechen. Okay, was haben wir noch? Halte beim Kampf mit bloßen Händen RB gedrückt, um Gegner von den Füßen zu reißen. Äh. Äh. Ne, ich glaube, das brauchen wir alles. Ich... Hier und der Rage... Der Rage-Kampf... In Spartas Rage drücke er hier um einen Sprintschlag. Äh, sowas brauchen wir auch nicht. Dann lieber den Jungen weiter ausbauen. Können wir nicht. Warum können wir den Jungen nicht weiter ausbauen? Ah, wer die Wala hat, die Qual. Pöst die Waldfee. Ich gehe erstmal weiter. Eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Ach, sie kommt jetzt mit. Okay. Aber nur für eine kurze Zeit, glaube ich, ne? Ein Schenkelklopper. Ach, jetzt macht sie den Weg frei, oder wie? Gut. Machen wir. Jan Greipurr. Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Ich kann hier nicht weiter. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Ich will die zertreten. Sehr gut. Und die will ja auch zertreten. Gibt nämlich hier... Wen musst du umlegen? Wen muss ich umlegen? Ach so. Äh, den Hebel. Ähm. Da. Neu. Wo denn? Ach, wir stehen doch schon auf... Okay, okay, okay. Alles cool. Wir stehen schon auf dem Ding. Tieres Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an. Und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden. Und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz mitgab und spannt. Ha! Es stimmt. Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Knopfst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ragnarök. Das Ende aller Welten. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Sie hat mit uns gesprochen. Ich bin gut mit Sprachen. Selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Soll ich da rein? Oder was willst du von mir? Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Bikini? Ich wette doch mal. Also ich gebe jetzt doch mal hier Punkte aus, weil ich habe den Verdacht, wir werden die brauchen. Und zwar, wir haben ja bis jetzt... Ich bleibe mal weiter am Nahkampf. Ich bleibe mal weiter am Nahkampf. Vielleicht ist das ja sinnvoll. Aber nicht komplett, weil... Hier, das Halten möchte ich eigentlich auch. Komm, das machen wir einmal hier. Warte mal. Der geladene Wurf. Und was haben wir hier noch? Ne, das machen wir nicht. Das ist mir zu kompliziert. Drücken, sprinten, um einen Sprungangriff auszuführen. Ist das... Drücke beim Sprinten um einen... Das kann man eigentlich auch mal machen. Wie blauen wir denn noch? So, das heißt, ich probiere kurz mal beides aus. Aufladen und... Ja, okay, funktioniert. Und jetzt beim Sprinten... Ja, funktioniert auch. Sehr gut. Okay, okay, okay. Schaust du zu? Ich schaue zu. Liviosa! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfhelm getränkt. Ah. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Na klar. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht freischeint. Hier entlang. Solange das Licht freischeint? Ich will auch eine. Ich dachte, was ist das da unten? Warte mal, da ist doch... Ach, da war ich schon dran. Okay, alles cool. Ja, das wäre cool für den Jungen. Hast du da nicht so ein Licht nochmal für den Jungen? Diese Wurzeln? Was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warnengötter erzählt. Nur, dass sie immer Kriege gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Ja, bis jetzt sind sie unfreundlich. Der Typ, der uns verdroschen hat am Anfang. Also, ich nenne ihn immer noch Loki. Die Weltenschlange, na ja. Schauen wir mal. Tieres Tempel. Er baut mit Hilfe der Riesen. Der große Tier bereiste von dort aus die neuen Welten und warte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Da, da, guck mal, da. Die stört uns nicht, die Schlange, ne? Ne, die ist okay. Die lächelt auch so freundlich. Der Hescher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. Zum Anzeigentagebuch, ne, brauchen wir gerade nicht. Wir können noch mal gucken gehen, ob wir... Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Okay. Aber ich gehe erst mal zu, wie heißt der, Rock? Rock, Rock. Stirbfrosch. Hab ich ihn erwischt? Nein. Er ist unkaputtbar. So. Ey. Ach Mensch, ich darf zu Rock nicht... Okay. Warte mal, wo soll man hin? Am Fuße dieser Treppe nach rechts, hat sie gesagt. Warte mal, hier ist ja eine Treppe. So. Hat sie nicht gesagt am Fu... Geht die Treppe runter. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Erwecke das Licht. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäben reparieren. Hebe zuerst die Achse an. Fahrzeug anheben. Die Achse hier? Ne. Die Achse? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall irgendwas... Hier sind Achsen. Okay, alles cool. Äh, und wie heben wir die an? Mit dem Ebel. Gut. Jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Das. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Yes. So. Sitzt, wackelt und hat Luft. Jetzt schieb die Brücke, die Schiene entlang. In welche... Da lang? Oder... Okay. Ja, ist richtig. Die komplette Brücke dreht sich. Wie kann dich die komplette Brücke drehen? Ich schiebe eine Brücke. Mann, du bist echt stark. Also wenn... Wenn ich kein Gott bin, dann weiß ich auch nicht. Schon müde? Nein. Hallo? Er war schon immer sehr stark. Ich schiebe hier das Ding, ja. Er sitzt da auf dem Geländer. Sie chillt da oben. Jemand nannte sie Heenläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Wo schiebe ich die nochmal hin? Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepusht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Da wollen wir eigentlich hinzu, aber... Ah, jetzt war da. Okay. Darf ich hier nochmal gucken, ob hier... Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Ich komm ja schon. Ich eile, ich eile. So, wir haben jetzt also mal die Brücke wie so eine Weiche. Ja, weitergeschoben. Gibt dir jetzt dein Rücken weh? Von meinem Rücken geht es gut. Ein Gott hat kein Rücken. Durch diese Türen. Haben die Riesen- oder die Alben Tiers Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlischt. Ist der olle Rock wieder da? Brock? Brock? Keine Ahnung, wie er heißt. Ich will meine Axt verbessern. Hä? Hä? Nee, irgendwie ist er nicht da. Keine Ahnung. Ich darf auch nur hier hingehen. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Nein. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Ach, er kriegt jetzt auch ein bisschen? Sobald ihr das Licht von Alphelm habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Jetzt ist die Frage... Hier ist keiner... Du sprichst, als würdest du nicht mitmehr, oder? Nee, er ist weg. Aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Jetzt ist die Frage, ob er seinen Bogen auch wieder aufladen muss. Sind wir da? Es ist zu dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrist kann ihn wieder erwecken. Ah, der Bifrist kenne ich. Das ist dieser Teleporter-Strahl, der dann mit dem Thor zur Erde kommt. Und... Ah, das kenne ich. Ja, ja. Hat der Mann auch eine Taschenlampe? Der Bifrist. Kann das sein, dass das hier dieses Äquivalent ist? Hier zu dieser... Zu dieser... Ich meine, zu den Avenger-Filmen da. Also hier... Thor ist... Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Das heißt, jetzt... Jetzt, äh... Gehe ich auf diese Strahlebrücke und aktiviere den... Tretet an den Tisch. ... den Bifrist oder wie? Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrist, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alpha. Platziere den Bifrist dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus... Und nur von hier aus... Könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. So wie die Welten-Türme, die draußen den See der Neuen umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum. Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen... Und die Neuen Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrist-Licht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genau so sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Warnaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Also ich muss sagen, die Mythologie ist geil. Auch schön dargebracht, schön erzählt. Ich meine, das kann man ja auch ganz trocken und schnöder, aber das hat mir gerade richtig gut gefallen hier. Ihr müsst die Zielwelt auswählen. Ich, ich. Alfheim. Wie mache ich das? Wie mache ich denn das? Wo denn? Welt ändern. L. Links. Moment. Ach so. Wie ist das die große Brücke draußen? Ja. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötenheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Okay, also weiter drehen. Ich habe es verstanden. Für jede Welt steht eine Weltenruhne, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Ist das geil oder ist das geil? Okay, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Äh, ah, um zu der Welt zu reisen. Wir sind bereit. Fängt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus. Und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Ah, okay. Da öffnet sich die Brücke. Alles cool. Siehst du den riesigen Kristall? Ich sehe. Die Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötenheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, weil es die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Welt jenseits unserer abgeschlossen. Es ist schon cool, muss man sagen. Es ist richtig, richtig cool. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Also wir brauchen das Licht von Alfheim und einen Bifrost. Oder wir müssen den Bifrost wieder aufladen, damit wir zurück nach Midgard können. Und wir sind im Moment in Alfheim. Merkt ihr das, Fleck? Sonst kommst du durcheinander. Na mal sehen, wie es in Alfheim aussieht. Midgard ist ja recht erdähnlich, muss man sagen. Ist hier wenigstens... Nein, hier ist auch kein... Kein Brock. Und wie sieht es in Alfheim aus? Zeig. Ach, auch schön. Man möchte sagen, fast idyllisch. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Ja, danke. Meint ihr, ihr findet... Das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Wie? Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Ja. Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Verdammt noch nicht. Wie verdammt. Um die Biefrest-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bahnwerkland verbrannt ist. Ups, weggesagt. Nein! Okay, wir müssen das wohl alleine machen. Sie ist nicht tot, oder? Nein, die ist nur wahrscheinlich wieder zurück nach Midgard teleportiert worden. Sie hat auch gesagt, irgendwas hält sie fern. Hat sie das nicht erwähnt? So! Sieh dich doch mal um. Ich seh mich um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Sieht cool aus. Gefällt mir. Was ist das? Was ist was? Das ist, äh... Lebendes... Geschleim. Kann man es kaputt klopfen? Nein, kann man nicht. Das Zeug ist stark. Naja, dann gehen wir halt woanders lang. Erstmal hier gucken. Ne, hier ist nix, ne? Hier kann man höchstens runter gucken. Leuchtet was im Innern des Knotens? Tja. Okay, dann gehen wir mal... Gehen wir mal hier lang. Hier geht's aber auch nicht weiter. Ich hätt gern mal, äh... Ich hätt gern mal gewusst, was wir jetzt machen sollen. Hat sich irgendwas zer... Warte mal, was ist das da? Aha. Aha. Ich glaube, du hast es erledigt. Ich hab's erledigt. Sieh mal da oben! Ich seh mal da oben. Wo? Keine Ahnung, was du siehst, aber... Zerkloppt das Ding mal hier. Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Ich hab irgendwas gehört. Mal irgendwo eine Kiste. Ich möchte mich mal ein bisschen genauer umgucken, aber hier ist nix. Ne. Cool gemacht, muss man sagen. Cool gemacht. Hier, Junge, lies mal. Sieh her. Jawohl. Jawohl. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Ist das so? Irgendwas sehe ich da. Er zoomt drauf. Okay, da ist irgendwas... Sie haben morgen immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. Okay. Dunkelheit! Ja! Okay, das hat nicht geklappt. Jawohl. 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 Und ja! Zängsang! Vorsicht, die schmeißen hier komische Sachen. So. Fang, 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 fang. Wo ist er hin? Da ist er. Wo ist er? Immer dieses Rumgezippern hier. Ich bin bereit zum Fazit. Echt? Was? Ah! Ich glaube, ich habe sie jetzt mittlerweile alle ziemlich gleichmäßig gutergehauen. Was natürlich nicht so ganz effektiv ist, aber... Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Hm. Naja. Es werden mehr kommen. Weil ich so schön aussehe. Die haben nichts getroppt. Frechheit. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Kann man den looten hier? Nein. Aber hier gibt es ein bisschen Heilung. Ähm. Ne, okay. Dann wahrscheinlich hier durch. Yes, baby! Was hat der getroppt? Der hat doch irgendwas... Ne, hat er nicht. Ähm. Hast du was gesagt? Nein. Nein. Oh, na gut. Was für eine Kommunikation. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Was ist das hier? Oh, Akisle. What is it? Achso, noch so eine Hilfe beim Übersetzen. Alles klar. Okay. Nehmen wir mal stark an. Da kommen wir nicht runter. Warte mal. Ich muss mal... Da ist meine Axt wieder. Ähm. Wie viel Erfahrung haben wir? Jetzt haben wir schon wieder 3000 Erfahrungen. Oh, warte mal. Und was auf der Karte? Warte mal. Okay. Ähm. Wo habe ich denn schon wieder die ganze Erfahrung her? So viel kann ich ja im Leben nicht ausgeben. Warte mal. Aber jetzt können wir vielleicht noch was für den Jungen... Ne, das haben wir auch alles schon. Tja. Also wir müssen erstmal... Wir müssen erstmal weitermachen. Moment. Ist das Henry? Das wäre cool, weil dann können wir vielleicht unsere Axt upgraden. Kompass-Gebietsmarkierung. Wenn der Kompass golden wird, ist dein Ziel in der Nähe. Suche die Gegend nach Hinweisen ab. Okay, machen wir. Aber genau genommen suchen wir die Gegend das nächste Mal nach Hinweisen ab. Hier ist nämlich erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn. Euer Mr. Fleck.